Prost erstmal da draußen, ihr Schweine! Sauft euch einen an, hier, wie wir. Frühstück. Ja, auf jeden Fall ist er zum dritten Mal nominiert. Das ist Charming Man. Diesmal muss es ja was werden eigentlich. Genau, diesmal muss es was werden, sonst... Darf man öfter als dreimal nominiert werden? Nee, natürlich nicht. Danach folgt die Schlangenhube und dann ist er weg für immer. Er hat angefangen, The Smiths zu hören, als er fünf war. Kannst du bestätigen, ne? Ja. Du kennst dich schon ziemlich lange, zwei, drei Jahre. Wir waren im Kindergarten und haben dann zusammen eigentlich auch viel Smiths gehört. Deswegen heißt das Label auch This Charming Man. Genau. Wie dieser Smiths-Song. Das ist ganz gut, das ist eine ganz gute Story, finde ich. Außer kommt der... Ich bin ein bisschen konstruiert. Nee, er kommt aus Bielefeld eigentlich, oder? Nee, aus Lage, ich komme aus Bielefeld. Ach so, scheiße. Du kommst aus Bielefeld, Adele? Ach scheiße, Mann ey, Zack. Wie auch immer. Leute, This Charming Man 2016 muss gewinnen. Und wenn nicht, dann kommen wir vorbei. Hallo, Christian? Na ja, hallo, hallo. Habt ihr Scheiße gemacht? Nein! Nein!